Das Zinsumfeld hat zu einem kontinuierlichen Absinken des Rechnungszinses in dem Pensionsmanagement geführt. Das wiederum belastet die Unternehmensgewinne, weil die Unternehmen die Pensionsrückstellung fortlaufend erhöhen und anpassen müssen. Das Bankhaus Donner & Reuschel analysiert gemeinsam mit externen Partnern diese kundenspezifische Situation und erarbeitet dann auf der Basis dieser Ergebnisse gemeinsam mit dem Kunden seine individuelle Lösungsstrategie. Im Ergebnis erhält der Kunde somit ein auf seine spezifische Situation angepasstes Lösungskonzept, das sich sowohl aus der Pensionsstrategie selbst, aus verschiedenen technischen Lösungsmitteln wie dem CTA und dann am Ende auch aus einem modernen zugeschnittenen Kapitalanlagekonzept besteht. Der Kunde wird vom Bankhaus Donner & Reuschel somit umfassend und individuell betreut, eine Lösung aus einer Hand. An der Arbeit bei Donner & Reuschel schätze ich erst einmal die kurzen Entscheidungswege im Haus. Als kleines mittelständisch geprägtes Beratungshaus haben wir kurze Entscheidungswege und natürlich ist jede Kundensituation neu und damit immer wieder spannend. Denn am Ende macht es die Lösung nur dann zu einem wirklichen Mehrwert, wenn die Lösung auf das Bedarfsumfeld des Kunden passt. 8 8 8 10 10 16 20